so weiter geht's endlich wieder nebel ja super ich freue mich und ich treffe gleich wieder nicht jetzt aber und diesmal drücke ich sogar nach dem schießen er wenig los hier ja aber vorhin war ja auch so und wie ziemlich wenig zombies aber dafür höre ich die leute sehr nahe hier gibt es munition sehr gut ist das ding ich löse das mal da meine munition ist voll gar nicht du hast doch geschossen ja er möchte nicht es war wirklich komisch manchmal hast du eine karte voller zombies da hast du kaum die möglichkeit irgendwo hin zu laufen oder abzuhauen und jetzt irgendwie ja sehr gut das war gute arbeitsteilung auf jeden fall ja ich wollte ich will jetzt diese pistole noch mal freischalten die du auch hast hier diese cold wälder diesen das ist schon ja ja ich bin mal froh wenn wir erst mal abhauen ich habe auch eher den eindruck dass wir in die richtung laufen ja es kann sagen ich hätte er gedacht das ist so nach links klingt aber trotzdem ziemlich nah ich überlege ich hatte früher nie bock auf multiplayer shooter und habe immer gedacht also online zockerei so langweilig und so ist überhaupt nicht mein ding und dann habe ich immer irgendwie nur singleplayer gespielt aber mittlerweile feiere ich sowas auch ganz gerne ja ist gar nicht schlecht wo es brummt schon wieder ne es leuchtet orange sehr uncool ich habe einen erwischt hau sehr gut der hat gebrannt oder und ist aber noch eine hast du die richtung irgendwo ja hier so wo ich auch hingebrutzelt habe mach mal mach mal dreieck habe ich schon hast du schon war weiß nicht genau wo also der könnte jetzt hier reinkommen bei mir ich wurde erschossen scheiße weißt du von wo ungefähr ich hätte das gefühl von rechts irgendwie ja so aus dieser richtung wo wie scheiße dreck auf jeden fall gut getarnt Was ist denn ein Zombie? Ich glaube, er kann ja... Ja, hoch! Das doofe wäre, wenn er den anderen da wieder will, ey. Mhm. Mann, ist das Pisse jetzt. Ja. Wenn ich es mal auf dich ballern würde oder so, ne? Ja, man hört... Man hört ihn auch nicht. Oh, jetzt ballert der auf mich. Ich weiß nicht, von wo ich bin. Von links, ne? Links oder von rechts? Äh... Ich hätte eher so jetzt von rechts gedacht, so. Ja, ich hab echt keinen Plan, wo der ist. Auf jeden Fall müsste er sich wegen der Schwammmutter ein bisschen bewegen. Es könnte sein, dass er irgendwo hier oben ist, oder? Das wäre zumindest schlau. Mhm. Da kann er nicht sein, da ist die Schwammmutti. Mhm. Ja, ich... Jetzt gehe ich runter. Bleibe ich oben. Alter, so ein Drecksack, ey. Wo ist der denn? Ah, noch. Von irgendwo hat er ja geschossen, aber ich... Oh, super. Dann gehe ich mal runter, ne? Jo. 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 Jo, zu spät. Jo. Weißt du von wo? Ne. Scheiße. Ich glaub von... Ah, von da... ...meister. Alter geil. Ist... Ja, aber jetzt bist du ja zweimal gestorben, das ist auch scheiße. Du musst dann eh einfach rausrennen. Jo. 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 Plündern, genau. Ja, den hier kann man auch. Oh, richtig gut. Ne, eine Armbrust. Ja, ich habe auch nur einmal Verbrauchsgüter bekommen. Ich auch. Einen Spritze. Ne. Aber geiles Outfit, ey. 75 Dollar. Ja, würde ich auch sagen, geradeaus, ne? Warte mal müssen ja rechts dann raus, ne? Ja. Dann einfach noch so viele Zombies, wie geht, mitnehmen und ein Hunde. Oh Gott. Alter, da haben wir Glück gehabt. Ja. Müsst du aufpassen, weil der, ähm, dieser komische, äh, Emulator, ja, ne, wie heißt der? Immortler, der ist, der ist da hinten auch irgendwie. Okay, aber den, vor den sind wir jetzt weggelaufen. Ich glaube, der kommt nicht, der. Dann haben wir nochmal Glück gehabt. Oder der hat Glück gehabt, je nachdem. Weil hier in die Richtung könnte echt sein, dass wir auf Gegner stoßen, weil. Hm. Weil die da wahrscheinlich auch rausrennen, ne? Genau. Weiche gibt's. Ja, gibt echt nicht so viele Zombies diesmal, das Wunder. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Ich hab nur gesehen, dass die halt auch in den Level rein spawnen, also. Dass die manchmal, ähm, reinkommen. Ich hab auch schon welche gesehen, die dann irgendwie draußen waren. Also, ich bin nochmal weggelaufen. Und dann habe ich irgendwie hingeguckt, dann waren die auf einmal weg. Ja, das sieht doch ganz witzig aus. Die spawnen so liebend oder sitzend rein, ne, und dann. Stimmt, ja, die, die bauen sich so ganz komisch auf, da. Die hier können wir noch mitnehmen, da hinten. Jo. Ich glaube, wir sind gleich da. Ich hoffe nicht, dass das jetzt, ne? Ja, rechts irgendwie so leicht rüber, ne? Ja. Ich glaube, jetzt geradeaus, da müssen wir da sein. Ja, irgendwie schon. Ah, hier ist es. Ne, du schickst hier. So, blöde Wasserteufel. Hä, ich höre dir die ganze Zeit irgendeinen Zombie. Achso, es ist wieder der Wasserteufel. Warte, ich hab so oft auf den Geschossen. Der stirbt gar nicht. Ne, ne. Unglaublich.